Und um Gleichberechtigung ging es auch im Jahr 1890, wenn auch in einem völlig anderen Zusammenhang, als nämlich Helene Lange, vor 130 Jahren also, den Allgemeinen Deutschen Lehrerinnenverein gründete. Ich meine, heute sagt man ja immer genau umgekehrt. Mehr Männer in die Schulen, vor allem in den Grundschulen, sind sie ja wirklich rar. Aber damals, im 19. Jahrhundert, waren es fast überwiegend Männer, die in den Schulen standen. Auch in den Grundschulen, auch in den höheren Klassen, überall. Und es gab noch keine Vertretung für die Frauen. Und das änderte sich vor 130 Jahren. Menschen, Ereignisse, Geschichte. Das MDR Kultur-Kalenderblatt. Die Minute, in der sie zur Frauenrechtlerin wurde, Helene Lange kann sie noch Jahrzehnte später in ihren Lebenserinnerungen genau benennen. Es war ein Gespräch zwischen einem Verwandten und seinem Sohn. Das Gespräch drehte sich um die Vorlesungen, die er hörte. Ethik, Dogmatik, Philosophie. So etwas gab es also. Das konnte so ein glückseliger junger Mann alles hören. Und davon waren wir ganz selbstverständlich ausgeschlossen. Doch ihr Vormund lehnt einen Schulbesuch über die Grundschule hinaus ab. Brauchen Frauen nicht. Autodidaktisch eignet sich Helene Lange Wissen an und besteht das Lehrerinnen-Examen. Sie unterrichtet in einem Lehrerinnen-Seminar, erlebt die Dürftigkeit der dortigen Ausbildung und die Ignoranz der staatlichen Stellen gegenüber der Mädchenbildung. Als deren Ziel nennt eine Denkschrift 1872 Es gilt, dem Weibe eine der Geistesbildung des Mannes ebenbürtige Bildung zu ermöglichen, damit der deutsche Mann nicht durch die geistige Kurzsichtigkeit und Engherzigkeit seiner Frau an dem häuslichen Herde gelangweilt und in seiner Hingabe an höhere Interessen gelähmt werde. Helene Lange ist empört. Ich habe damals schon die Empfindung gehabt, dass die Erziehung von Mädchen nicht Männern anvertraut sein dürfte, die solche prinzipielle Geringschätzung der Frauen öffentlich bekunden. 1887 reicht Helene Lange mit vier Mitstreiterinnen eine Petition für bessere Mädchenbildung beim preußischen Staat ein. Zusammen mit einer Streitschrift, die Furore macht. Der gelben Broschüre. Solange die Frau nicht um ihrer Selbstwillen als Mensch und zum Menschen schlecht weg gebildet wird, solange wird es mit der deutschen Frauenbildung nicht anders werden. Dass die Männer und ganz besonders die Lehre sich tief getroffen fühlen, überrascht nicht. Doch auch viele Lehrerinnen akzeptieren ihre Stellung als Gehilfin des wissenschaftlich gebildeten Lehres, dem selbstverständlich der Unterricht in den höheren Klassen vorbehalten bleibt. Lehrerinnen dürfen nur in den unteren Klassen unterrichten. Als Gegenorganisation zum Verein für das höhere Mädchenschulwesen gründete Helene Lange Pfingsten 1890 in Friedrichroder den Allgemeinen Deutschen Lehrerinnenverein. Nicht mehr als Gehilfin, die um ihn sei. Als Führende fühlten wir uns auf unserem besonderen Gebiet. Wir fühlten, dass gerade wir Lehrerinnen das entscheidende Gewicht hier in die Waagschale der Frauenbewegung zu werfen hatten. Wir wussten, dass wir einen bedeutsamen Abschnitt der menschlichen Geistesgeschichte einleiten mussten. Die Einführung neuer produktiver Kräfte in eine einseitig orientierte Welt. Aus den 85 Gründungsfrauen werden bis zum Ende des Ersten Weltkriegs 40.000. Ohne den Lehrerinnenverein geht in den bildungspolitischen Diskussionen nichts mehr. Er sorgt dafür, dass der Beruf der Lehrerin und die Mädchenbildung eine gesellschaftliche Aufwertung erfährt, auch wenn so mancher Mann dies als Bedrohung empfindet. Wir wissen, dass uns die Ausbildung des Intellekts nicht Selbstzweck ist, dass wir den geistigen Horizont weiten, damit umso sicherer die großen Lebensziele erkannt und ins Auge gefasst werden, die unserem Geschlecht noch vorbehalten sind. Wir sehen uns beim nächsten Mal.